so dass immer auch wieder ein bisschen gestärkt würde ich mal behaupten ein bisschen besser ich habe hier eingebaut und ich merke gerade aus muss ja aufnehmen und mich nervt die ganze scheiße hier aber wir greifen gerade an und so sieht das land aus groß groß produktion ist wahnsinnig gut so datenbund so produktion ist auch gut also dieses mal läuft es echt gut dabei hier da können sie auch raus gerade bei den guten größe im hintermant immer wieder raus wir haben es geschafft kommen hier gleich mal weiter angreifen ich jetzt eigentlich nicht mehr so ja hier ist ein ganz guter trainer auch raus mit euch die baukommel leider nicht mehr abbrechen aber dann machen wir nicht viel jetzt sind wieder unsichtbare soldaten jetzt kommen sie langsam raus hier kommen auch mal keine soldaten rein für die zukunft also ich habe jetzt ungefähr keine ahnung wie lange gespielt also gar nicht so lange so hier kommt natürlich auch alles raus es wird alles nach da unten verfrachtet so ich hatte auch zwischendrin wieder diesen bug dass ich unendlich soldaten hat also deswegen ist hier wieder ist natürlich du für das letzte spiel aber mit einem speichern und neustart ist das wieder weg wie man sieht so ich kann nichts dran ändern ist es doof und gleichzeitig freut man sich natürlich drüber dass man so relativ stark ist nein auf keinen fall abreißen wäre die reinste katastrophe so also hier sieht man es auch wieder gerade gesehen ich habe wieder tausend fünf millionen rohstoffe also das unfassbar einfach eigentlich kann ich die ganze produktion stehen und liegen lassen und sofort ein wetter eingreifen aber erstmal brauchen wir hier hinten steine mal den see weg ich will mal gucken ob das theoretisch nein das könnte ja klappen ja ne zur hilfe kann man ja alles verwenden so aber nichtsdestotrotz würde ich sogar behaupten ist alles richtig gut läuft wir haben so viel soldaten könnte auch drinnen bleiben und jetzt wenn wir die schwachen reingehen und nicht die starken das verwundert mich doch arg oh ja komm greift mal an aber so an sich also ich war kurz noch mal essen aber so an sich bin ich eigentlich recht zufrieden aber ich hätte ich hätte natürlich noch mal neu angefangen wenn der bug von anfang an wäre wie beim letzten mal wo ich ja dann weitergemacht wäre aber die mission mich angekotzt hat ähm aber nach einmal absturz mache ich so nutze ich kein bug using also aber ich habe jetzt halt okay gut okay ich habe jetzt aber muss zugeben wenig also wirklich verdammt wenig lust noch mal die ganze mission zu machen also noch mal alles aufzubauen und noch mal noch mal noch mal das stört ja dann einen dann doch schon so kann man alles ein bisschen schneller gebaut werden hier muss es ganz schön Staus grad geben ja gibt es auch naja gut es geht voran aber es ist könnte besser sein viel besser schwache unteroffizier unten stehen unsere ganzen offiziere general meine ich general ach wisst ihr was dort unten alles aufhält die das gold was rausgebracht wird ne ja sind ja nur noch acht gold aber trotzdem alter wieviel soldaten sind das eigentlich das ist doch erst eine ganze menge die jetzt hier an schlut eintraben das ist ja eigentlich von urwald so aber genießen wir die letzte mission so wie sie nochmal ist in fülle des spiels hier können wir auch nochmal eine burg daraus machen na komm gehen wir jetzt einfach mal die produktion endgültig in chaos machen so dass bei denen ja wirklich gar nichts mehr funktioniert also ihr seht die blaue macht die wächst immer weiter und hört nicht auf die musik packt natürlich auch wiederum logisch sagt man auch für nahrung etwas und hier müsste der grüne irgendwo sitzt wahrscheinlich leider brauchen die materialien recht lange um nach da oben zu kommen das ist ein bisschen doof aber ändern kann ich dagegen nichts leider leider da hinten ist das hauptquartier das hauptquartier müssen wir eigentlich sogar so schnell wie möglich platt machen bevor die uns hier platt machen weil das greift mir hier einer an schon mal da oben sind noch zwei drin da kann auch noch einer jawohl so einer müsste da noch rauskommen da müssen wir ganz schnell dafür sorgen dass erstmal keiner kommt wir haben irgendwo einen wahnsinnigen stau komm so jetzt ist die frage wo ist denn dieser stau der müsste doch irgendwo dann hier sein oder brauchen wir einfach nur die items ewig um da oben anzukommen wahrscheinlich zweiteres wenigstens werden die jetzt hier auch genutzt zur helfe hier kämpfen wir kämpfen wieder unsichtbare aber jawohl komm du kämpfst gegen den geist gut ich sehe gerade das katapult ist nicht mal mit dem weg angeschlossen das hat uns gar nicht gestört da versuchen sie noch zweifelshaft eine goldmine zu bauen kannst du mal den schwachen typen da weg klatschen da 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 was da haben was damit ist der orange eine gefahr gebannt so hier hinten befindet sich dann rot ups ups oh äh nein nein das will ich nicht kann ich wieder zurück ins spiel ist es abgestürzt gott sei dank ich höre die musik wieder ja da bin ich die musik was für eine scheiße ist das denn jetzt ja sehen wir uns gleich wieder da 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 ist da